Eine Warnung, der nachfolgende Vortrag könnte die Typ-Theoretiker unter uns verunsichern. Also, während das lädt. Geiler Rechner, ne? Ich habe versprochen, ich implementiere ein FISBUS heute. Ich hoffe, jeder kennt FISBUS. Was sagt Wikipedia? Das ist ein Group Word Game for children to teach them about divisions. Die Regel ist, man zählt die Zahlen hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Wenn eine Zahl durch 3 teilbar ist, sagt man nicht die Zahl, sondern FIS. Wenn eine Zahl durch 5 teilbar ist, sagt man nicht die Zahl, sondern was. Und wenn die Zahl durch beides teilbar ist, muss man FISBUS sagen. Wenn ich hier im Wikipedia-Artikel weiterscrolle, finde ich das wunderschön. Und FISBUS ist natürlich auch immer auf der Y-Combinator-Webseite das Meme schlechthin für irgendwelche Interviewfragen. Deswegen dachte ich, jeder von euch kennt FISBUS. Das ist das Problem, oder? Das war ja ein FISBUS-Workshop. Ein FISBUS-Workshop von Kalki war das ja auch nicht so ausgelassen hat. Dann implementieren wir das mal. Also, wir wollen die ersten 100 Zahlen ausgeben. Das ist ja gar keine Ränkchenliste. Uuuuh, ja. 1 bis 101, uuuuh. Ja, 1 bis inklusive bis exklusive. Ja, dann schauen wir mal, wie wir das jetzt richtig schön machen. Schön. Also, wenn die Zahl durch 3 und 5 teilbar ist, also durch 15, dann sollen wir FISBUS ausgeben. So, dann haben wir schon den ganzen Trick. FISBUS. Wenn die Zahl durch 3 teilbar ist, sollten wir FISBUS ausgeben. Ich musste für den letzten Fall zu den Klang, aber auch noch 30 Minuten bevor zu ziehen. Ich kann ja Sachen immer noch ein bisschen tunen. Was bei durch 5 teilbar. Und ansonsten einfach die Zahl. So, sieht gut aus. Das freuen wir mal hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie macht man 10? 13, 14, 15. Damit haben wir jetzt alle Kräte getestet. Sieht gut aus. Der Unterschied zwischen dem Test und dem Beweis wird hier auch wieder klar. Ja, 100% Code-Coverage. So far. Okay. So, da das hier bei diesem Thema ein bisschen doof ist, will ich das erstmal in eine Zeile haben. Kriegen wir das in einer Zeile hin? Übliche Challenge. Natürlich kriegen wir das in einer Zeile hin. Mit der guten List-Comprehension. Mit einer Zeile kannst du eigentlich dann trotzdem auf 3 Zeilen gebrochen werden. Ja. 2 Zeile hin. Ja, Zeile in einem anderen Sinne. Im Command. Wann ein neuer Command-Form kommt. Also. Heißen hat diese schönen Ternary Operators. Das If. Oder wie es noch ein Conditional Statement, glaube ich, genannt wird. Weiß ich kann jetzt quasi. Inline-Ifen. Fast schon so wie eine Expression, wie man sie sich wünschen möchte. FISPAS. Wenn N durch 15. Ja, das ist voll schlimm. Das normale If ist nämlich keine Expression. Nur dieses klar. Merken wir immer, wenn man was zuweisen will. Hier. Weisen. Hier bauen wir tatsächlich einen String, der dann an Print übergeben wird. als FISPAS, wenn die Zahl durch 3 teilweise, als FISPAS, wenn die Zahl durch 5 teilweise ist und dann sonst die Zahl. Ja, richtig. Sind die Verschachteln. Du kannst diese Forex-Dinger auch nochmal. Fore? Fore kann ich auch. Ex, Fore, Ex, 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 Ex und so. Kannst die auch verschachteln. Aber dann kriege ich ein Kreuzprodukt. Ja, ja. Das habe ich auch schon gegenseitig. Gute alte Kreuzprodukte. So. Schauen wir mal, was rauskommt. Oh. Oh, das ist das Erwartete. Wir kriegen hier natürlich unseren Seiteneffekt. Wir geben es aus. Ah, wo? Und als Rückgabe kriegen wir, was ist die Rückgabe vom Print? Das ist ein NUN und wir kriegen hier so eine schöne Liste mit 100 mal NUNs. Nanananananananananan. Danke. So, jetzt will ich nicht immer alles mit den NUNs spammen. Wir können nur die ersten 3 ausgeben. Dann kriegen wir unsere Seiteneffekte. Wir FISPASsen. In der Wirkung heißt das auf Deutsch. Danke. Das ist also die Liste-Komprenzierung. Die Pfeifen hier. Okay. Und jetzt ist es eine richtige Liste draus zu machen. Du fühlst dich schon so ein bisschen unwohl, habe ich das Gefühl. Ich fühle mich insgesamt unwohl, aber ich bin gespannt, was noch kommt. Das ist ein Schreckenswert. Das ist auch ein Schreckenswert. Das ist auch ein Schreckenswert. Das ist auch ein Schreckenswert. Seitenwirkungen. Nebenwirkungen. SideEffekt heißt Nebenwirkungen auf Deutsch. Okay, Nebenwirkungen. Wenn ich jetzt hier die 0. Rückgabewert ausgebe, dann kriege ich gerade gar nichts mehr zurück, weil die IPython-Schelle schon die Blüte sind. Irgendetwas, was einen NUN zurückgibt, ist ja so ein gutes IOU-Unit. Da kümmert man sich nur um die Nebenwirkungen. So, und da nicht alles auf den Beamer passt, will ich ja auch als erstes nur die ersten. 16 sollten schon sein. FISPAS-Zahlen. Ja, das sind wir noch nicht drauf. Oh, das ist ja 50, oder? Gut wohl. Ja, danke. Ja, two hard things in programming. Ja. Ja. Cache and Validation and naming things. End of by one errors. So, jetzt haben wir das implementiert. Das sieht jetzt irgendwie nur noch so ein bisschen imperativ aus, diese verschachtelten IFs und alles. Können wir das... Können wir das bitte mal das Ding weglassen? Nee. Kann ja wohl lieber sein. Nee. Das bleibt jetzt stehen. Können wir das Ganze nicht so ein bisschen mehr Data-Driven machen? Weil das ist jetzt hier so einfach so ad hoc hingeprogrammiert. Ich will... Nee, viel mehr Data-Driven. Ich baue jetzt das kleine neuronale Netzwerk, mit dem wir das FISPAS lernen. Wir brauchen ein Neuron, keine solche, das sind noch viel mehr schlechte Analogien jetzt, das uns die Zahl ausgebt. Ein Neuron, das bei FIS triggern soll. Ein Neuron, das bei BAS triggern soll. Und ein Neuron, das bei... Das sieht man nicht mehr, wie wir dann drauf. FISPAS. Steuerung L drücken. Steuerung L? Ja. Was passiert denn dann? Boah. Gegen jeder Stelle. Das ist Feature. So. Also. Das sind quasi die Neuronen, die Zahl selbst, das FIS-Neuron, das BAS-Neuron und das FISPAS-Neuron. Und wir müssen jetzt entsprechend die Neuronen anreizen, je nachdem, was für einen Eingabewert wir denen geben wollen. Deswegen wählen wir jetzt was aus. Ich runde schon mal gleich auf den nächsten Integer, wenn wir jetzt die FISPAS-Formel lernen möchten. Ja. Fühlen sich Leute schon viel unwohler, wenn ich gleich überhaupt den Area-Index mit gerunden schon da ein bisschen. So. Was haben wir denn, um unsere Neuronen anzuregen? Ich nenne die mal A, B und C, die Anregewerte. Und denen wird übergeben... Mal schauen, ob ich das mit den Klammern richtig rumbekomme. Also. N Modulo 3, N Modulo 5 und N Modulo 15. Das sind so die Werte, die wir unserem neuronalen Netz geben wollen. So, sind wir noch dabei? Wunderbar. Reicht noch? N Modulo 3 und N Modulo 5? Würde funktionieren, wird dann aber ein bisschen komplizierter werden. Gleich. Ich würde es gerne mit dem Modulo machen. Okay. Irgendwo muss der Modulo. Gibt auch natürlich auch, auch auf der schönen Y-Combinator-Seite verlinkt, tatsächlich jemanden, der behauptet, wahre Geschichte, der in einem Coding-Interview-Office, was gefragt wurde, angefangen hat mit Import-Tensor-Flow und das dann so gelernt hat. Ist eine lustige Geschichte und ich nütze jetzt hier einfach mal dieselben Werte, mit denen das neuronale Netzwerk dort trainiert wurde. Und ich würde sagen, wir trainieren jetzt unser neuronales Netz mit Liebe von Hand. Noch so ein echtes schön handwerkliches, gelerntes Netz. Also, wir wollen, das ganze Ding, was hier rauskommt, also, wenn wir Null lernen in unserem neuronalen Netzwerk die ganze Zeit, jetzt auch mal schauen, ob das mit den Klammern stimmt, ja, triggert immer das erste Neuron, das die Zahl einfach rausgibt. Was? Hm? Also, das sind quasi unsere Neuronen. Die Zahl, das FIS-Neuron, das FAS-Neuron, das FIS-Pass, genau, ein Array. Und jetzt wählen wir hier einen Wert drin aus. Okay. Und diese Zahlen, 0, 1, 2 oder 3, ist eben unsere FIS-Pass-Form, die wir jetzt lernen möchten. Ja. Also, mit Null initialisiert haben wir gesehen, das Netzwerk gibt nur die Zahlen aus, noch nicht so gut. So, wir wollen, das FIS-Neuron, das soll ja den ganzen Wert auf 1 bringen, so ungefähr auf 1. Ich baue jetzt mal so einfach das Template, das lasse ich auch erstmal 0 initialisiert. Die ganze Formel soll 2 ausgeben, wenn FIS-Pass triggern soll. Und die ganze Formel soll 3 ausgeben, wenn FIS-Bass triggern soll. So, jetzt haben wir quasi unser eindimensionales neuronales Netzwerk aufgesetzt, aber 0 ist hier ein blöder Wert für FIS. Wann soll denn das FIS-Neuron triggern? Ja. Wir brauchen, also irgendwie brauchen wir jetzt so so ein, wahrscheinlich irgendein so ein Classifier. Viele neuronale Netze würde man, könnte man zum Beispiel mit so einer Sigmoid-Funktion initialisieren, wo man dann noch ein paar Parameter lernen muss. Oder 7? Sigmoid, hier so ein Teil recht praktisch für ein Classifier, ist... Sigmoid, kommt das von Signum und dann in die Glacke, oder nicht? Weil das so eine S-Kurve ist. Das ist so eine abgeschnittenes Sinus, oder nicht? Eigentlich ist es nicht. Nee, das wiederholt sich nicht. Das ist wie ein Sinus, äh, ein Signum, ist Signum. So ein ganz schöner Alter. Was sind die logistische Differenzialen? Interpoliert zwischen 0 und 1. Genau, also ein Wert bei großen Werten wird das sehr schnell 1, bei kleinen Werten wird das sehr schnell 0 und dazwischen ist das so, 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 meh, einfach. Das ist auch so eine Funktion, die man zum Beispiel in dem Machine Learning für einen Classifier nutzt, wo man entweder 0 oder 1 haben will. Genau das, was wir eigentlich brauchen, um unser FIS-Neuron anzuwägen. Ja, aber da ich jetzt keine Lust habe, irgendwie so, so eine Signum-Week-Funktion zu implementieren, und dann dachte ich... Ja, das geht auch da. Habe ich das hier schon? Ja, das muss ich erstmal eh abtippen, bis zum Ende. Oh, das... So, ich dachte, ich nehme hier so einen einfachen Classifier. Erinnern wir uns noch an die Funktion 1 durch x. Die ist nämlich auch eigentlich 1 beim Wert von 1, und sonst geht sie sehr schnell gegen 0. Na? So, ich nehme jetzt einfach mal so eine 1 durch irgendwas-Funktion. Also, wir wissen genau, FIS soll eigentlich auslösen bei A. A hatte die Eigenschaft, es ist 0, dann soll FIS auslösen, denn dann ist es durch 3 teilbar, bei allen anderen eigentlich nicht. Hat jemand einen Vorschlag für so eine Funktion, die bei 0, wenn wir 0 eingeben, ungefähr 1 ist, und ansonsten sehr schnell sehr klein wird? Also, mein Vorschlag, der ist auch darauf optimiert, den auf der endlichen... 1 durch... 1 durch... Ich nehme jetzt einfach mal 8, weil das so schön in der Nähe von jedem was anderen ist. bei 0 hoch, ich möchte einen hoch haben. So, bei 0 ist es 1, das klammert so. Und das Doppelpunkt ist eben ein Hoch. 1 durch 8 hoch 0, das ist 1. Genau das, was wir eigentlich wollen. Und bei allen anderen Werten wird das sehr schnell sehr klein. Also, 1 durch 8 hoch... A klingt doch schon ganz gut. Was ist dann x jetzt, oder was bei 8 ist, ist dann 1 hoch x? x ist das 8 hoch A. Also, damit forst sich das x auf 1, wenn A 0 ist, und ansonsten wird das Ganze sehr klein. Schauen wir mal, was wir haben. Sieht doch schon mal gut aus. Wir regen das FIS-Neuron eigentlich immer dann an, wenn wir wollen. Aber auch bei 15, das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Wie kriegen wir das denn weg, auch wieder mit so einem schönen Poaman-Signorit oder das 1 durch? Na ja, wir ziehen jetzt einfach einmal den Trigger-Wert für FIS-Bus ab. Der SC. Kriegen was raus? Kriegen etwas ganz Blödes. Eigentlich wollte ich ja nur, dass es hier nicht rauskommt und jetzt triggert es gar nicht mehr. Na ja, Problem ist diese schöne Integer-Rounding. den Int von 1 ist 1, von 1.1, von 0,99 hätten wir ja nicht gerne aufgerundet, aber Int schneidet quasi ab. Das heißt, wir müssen hier noch so ein bisschen Kaufmanage runden. Ich fühle mich jetzt schon ein bisschen unangenehm berührt, wenn wir Kaufmanage runden, bevor wir den Array-Zugriff machen. Noch nicht? Was heißt Kaufmanage? Was passiert eigentlich, wenn du besuchst einen Array mit einer Zahl? Also, das muss ja noch keine Raum-Docker-Apps sein. Genau. Entschuldigung? Da müsste ich ja irgendwas importieren. Das ist ja dann nicht nur so ein Statement. Das ist dann nicht mehr lief genug. So, jetzt haben wir es. Unser FIS-Neuron löst wirklich nur dann aus, wenn es fissen soll und FIS-Bus bleibt noch unberührt. Wie ist das? Punkt 0,5 am Ende. Ah, okay. Das daneben. Ich strecke die Rundung mal. Okay. Ich hoffe, wir machen jetzt hier keinen negativen Aufruf in das Error. Das würde mir lustig entbreiten, wenn du negativ initiierst. Achso. Das ist von hinten. Das ist ja praktisch. Okay, lasst da mit Fettmann. Versprichend, ich würde mit Kommazahlen in der Indizierung in den falschen Fall. Das können wir machen. Ich mache das int weg. Und wir kriegen tatsächlich ein Type-Error. List indices must be integers. All slice. No flow. Das ist sehr explizit hier an dieser Stelle. Nope. Danke. Sehr sterbe. So. So, dann haben wir jetzt unser erstes FIS-Neuron schon mit viel Liebe gelernt. Das Bass-Neuron. Wann soll denn das triggern? Ja, immer bei 5. Immer bei 5. Also B statt A halt, oder? Also B statt A. Also das ist ein Classifier bei B und natürlich auch nicht bei FIS-Bus. Das sieht schon sehr gut aus. Und jetzt das dritte. Unser FIS-Bus-Neuron soll dann tatsächlich nur bei dem C-Wert triggern. So, wunderbar. Wir haben ein FIS-Bus gelernt mit viel Liebe. Hurray. So, jetzt schauen wir uns nochmal an, was wir hier verbrochen haben. Wir haben hier eine sehr lange Formel. Könnt ihr die so ein bisschen vereinfachen? Also erstmal schmeiße ich das einmal raus. So, dann. Wir haben zweimal 1 hoch 8. Also 1 durch 8 hoch B. Minus, und das sehen wir noch zweimal. 1 durch 8 hoch C. Und das haben wir hier nochmal. Also eigentlich ziehen wir dreimal 1 durch 8 hoch. 1 durch 8 hoch C ab in der Formel. Und hier am Ende kommt es dreimal wieder dazu. Okay. Das können wir vereinfachen. Das fliegt raus. Das fliegt raus. Das fliegt raus. Genau. Hier ist es dann ein drittes Mal noch. Das ist dann ja zweimal davor. Das ist einfach rausgegangen. Ich habe die zusammengezählt. Also wir hatten es im Moment. Das war die alte Version. Wir haben es insgesamt einmal. Und hier ist in der Klammer noch zweimal. Also insgesamt dreimal abziehen. Dreimal dazu. War einfach zu dem. Bleibt nur noch das übrig. So. Den C-Parameter brauchen wir ja gar nicht. Den können wir jetzt komplett rausschmeißen. Mensch, wird das effizient, was wir hier machen? Wir haben ja immer noch unser FIS-Bass. Muss ja ein bisschen was lernen. Sich initialisieren. Wir können jetzt auch tatsächlich das 0,5-Grunden rausmachen. Passt das auch so schön in eine Zeile? Wir haben immer noch unser FIS-Bass. So. Welche grobe Einsicht haben wir denn jetzt eigentlich gelernt? Also das hier ist ja der FIS-Neuronentrigger und das hier ist der BASS-Neuronentrigger. Wir haben jetzt gelernt, naja, FIS-Bass ist ja eigentlich FIS plus BASS. Sehen wir in dieser Formel. Weil FIS gleich 1, BASS gleich 2 und FIS gleich 3 gesetzt. Ja, okay. Kann man ja so initialisieren. Da kommt das raus da. Lernen wir gleich ganz erstaunliche Sachen. Ja. Können wir das vielleicht irgendwie jetzt unser Wissen nutzen, um das noch ein bisschen besser zu machen? Ich lasse jetzt mal FIS und BASS da stehen. So, jetzt sind wir beim Print-Statement wieder. Eigentlich will ich ja FIS, wenn N durch was? Durch 3 teilbar ist. Ansonsten den leeren String. Können wir mal kurz klammern. Und das zusammen mit was? Wenn N durch 5 teilbar ist. Ansonsten den leeren String. Schauen wir mal kurz. Wir FIS passen schon ganz schön. Jetzt müssen wir nur auf die Zahl ausgeben. Hat sich schon mal im Python jemand überlegt, was denn passiert, wenn ich TRUE oder TRUE mache? Das ist TRUE. Was ist denn FALSE oder TRUE? Auch TRUE. Was ist zum Beispiel NONE oder TRUE? Das ist auch TRUE. Genau, also all diese Werte haben einen Wert. Zum Beispiel der leere String hat auch einen Boolean-Wert. Und der ist auch. Und der ist FALSE. Und das heißt, das Ganze ist TRUE. Und das Schöne an diesem OR-Operator ist, wenn es halt irgendeinen Wert hat, es gibt nicht TRUE oder FALSE zurück. Es gibt den Wert zurück, der halt wahr war. Das heißt, wenn ich hier den String X habe, der jetzt wahr ist, weil er nicht leer ist, bringe ich X zurück. Das ist LISP. Das ist eine KCNOR. Das ist gar kein großer Operator. Also das ist der Irrtum an dem Ganzen. Irrtum ist jetzt ein hartes Wort. Schrägige Kombination aus Pragmatismus und Librosinz. Das fanden die 1950 halt cool. Also dieses ganze Ding gibt ja den leeren String aus, wenn wir eigentlich die Zahl haben möchten. Und das können wir nutzen. Nehmen wir, wenn der ganze FISPAS-Konstruktur hier den leeren String rausgibt, wollen wir die Zahl. Ah. Dieses LISLEAR noch wegoptimieren? Dieses LISLEAR, ja. Wir haben jetzt gesehen, in die eine Richtung. Wert haben einen Wahrheitswert. Und das ist sehr Pythonik, den abzufragen. Geht vielleicht auch andersrum. Und ich kann zum Beispiel, wenn ich in Python so einen String habe, den repeaten. Also ich kann ihn jetzt dreimal haben. Dann habe ich 3X, einmal 1X, 0 mal ist der String leer. Also wir erwarten hier eine Zahl. Was ist denn, wenn wir mal keine Zahl eingeben? Ja. Ja. Das ist 0 und 1. Das ist 0 und 1. Das wären nicht nur Werte in ihren Wahrheitswert. Gecastet ist das falsch, das ist der BOOL-Operator. Aber auch umgekehrt. Dann würde der Nachfolger von C, weil die C-Erfinder haben ja auch gesagt, das ist nicht 1. Also wir wollen jetzt FIS genau mal 3N geteilt durch 3 ist gleich 0 mal haben. Hier vielleicht Klammern droppen. Bloß ein bisschen enger zusammensteigen. Du warst ein bisschen zu lang auf dem Code-Wolf-Phyton-Stacker-Gestein unterwegs, oder? Ich habe mit Sachen gespielt. Nennen wir es so. So, jetzt passt das tatsächlich schon. Hier können wir auch noch ein Leerzeichen entfernen. So, jetzt haben wir schon ein ziemlich schönes, sehr kurzes FIS-Bass. Gut. Wir haben auch noch... Eigentlich bräuchten wir noch so die Selfie-Funktion der Kamera, um Tims Gesicht zu sehen. Ja. Typ-Theoretiker könnten verunsichert werden. Nun zur eigentlichen Verunsicherung. Also, das ist ein Statement, aber es läuft eben nur begrenzt oft. Auch wenn ich hier große Werte reinschreibe, es läuft nur endlich oft. Ich hätte jetzt gerne so ein FIS-Bass, das unendlich lange läuft, oder eben so lange, wie meine Maschine hergibt. Und es soll immer noch ein Einzeiler-Einstatement werden. Also so ein 4N in Range kriege ich nicht hin. Das ist ja immer nur begrenzt. Was mache ich denn da? Max-Int, das ist ein unbounded Integer. Okay, das ist ein normaler Int. Ja. 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 Ich könnte Ihnen so eine Funktion machen, die irgendwas yieldet, aber dann muss man das Ding immer noch aufrufen. Dann sind es immer noch zwei Statements. Also, wenn ich irgendeine Funktion jetzt definiere, FIS-Bass, dann muss ich sie immer noch aufrufen danach. Dann sind immer noch zwei Statements. Wenn ich jetzt das Ganze in einen Y-Loop packe, dann muss ich immer noch irgendwo vor dem Y-Loop mein N inkrementieren. Es werden irgendwie immer zwei Statements sein. Selbst wenn ich den guten alten Trick Import OS mache, OS.system. So ist es sich doch mal aus. Damn. Sorry. Python-C, das ist mein Lieblings-N-Liner immer, denn jetzt kann ich einen beliebigen String angeben, der Python-Code ist. Sind aber auch zwei Statements, weil ich OS erst importieren muss. Also dieser Trick geht auch nicht. Es gibt einen Ival in Python. Das Ding muss ich dann aber auch. Interessant. Ival ist Build-In. Hey, ich könnte jetzt mit Ival ein String machen. Oh. Lassen wir es mal ohne Tricks. Ival, sehr gut. Also wir haben hier quasi unseren FIS-Bus-Payload. So. Nehmen wir mal, das sei eine rekursive Funktion. Lambda N. Nicht vor N. So. Das FIS-Bus jetzt einmal, wenn wir die mal in N übergeben. Und was wollen wir machen zu einer rekursiven Funktion? Wir wollen uns eigentlich dann nochmal selber aufrufen. Mit N plus 1. Das ist also direkt uninitiiert. So. Machen wir jetzt ein Lambda draus und initialisieren das Ganze mit 1. Und das Safe ist schon so schön grün gehighlighted als ein Keyword. Ist aber ein Retarian. Safe ist nicht defined. Es gibt kein magisches Safe, das auf das aktuelle Lambda referenziert. Nenne ich jetzt also einfach mal um F. Und jetzt machen wir den alten Trick, wie in der Mathematik. Wir nehmen an, wir haben F schon verfügbar. Und dann sähe das ja eigentlich so ganz gut aus, oder? Nehmen wir mal, man hat uns selbst schon uns selbst übergeben. Dann können wir FIS passen und danach rufen wir uns noch einmal selbst auf. Und damit das Typ korrekt ist, die Funktion nimmt ja F und N. Ja, erstmal noch nichts Missing Positional Argument. Wir müssen das natürlich initialisieren. Wenn wir es mit 1 ausrufen, rufen wir 1 für die Funktion auf. Aber wir müssen uns selbst ja uns selbst übergeben. Ist das Funktion, dieses Modul? Ist das dann? Gibt es nicht Copy und Paste? Schreib uns jetzt hier einfach mal rein. Mach das Artefakt von der Shell raus. Ja, okay. Eigentlich wolltest du neutralen Kombinator vorsteigen, aber du hast die Statik schon einmal angewandt. Genau. Wir bauen jetzt quasi den Y-Combinator hier. Mit unserem eigenen Code. Mit unserem eigenen Code, also. Klar, wo der herkommt, wir müssen uns einfach einmal aufrufen. Ne. Machen wir einfach noch eine. Ne, die ist an der falschen Stelle gerade. Die will hier sein wahrscheinlich. Aber wir haben jetzt das App in diesem vorbeigetem Bereich. Das ganze Ding hier ist hoffentlich hier, ist ein Lambda-Ausdruck. Den rufen wir noch gar nicht auf. Ja, ja, ja. Also das Ding wird nicht aufgerufen. Das wird dann nur hier übergeben. Schauen wir erstmal, was passiert. Oh, wir Fisspassen. Ja, okay. Wir Fisspassen. Und zwar so lange, bis meine iPod-Python-Aufgebung im Geben. Genau, der Stack überläuft. Also wir haben ungefähr tausendmal gefisst, passt tausendmal. Wird der angegeben, der Stack? Das ist die Frage, wie groß wirklich der Stack ist und wie viel wir bauen. Die letzten drei waren bis tausendmal. Ja, direkt gesussendlich ist er noch tausend. Ja. Ach. Dann kannst du auch setzen. Okay. Aber theoretisch haben wir gewonnen. Theoretisch wird das jetzt unendlich fissen und passen. So, eins noch. Was passiert denn eigentlich, wenn ich hier am Anfang unseren Fisspass-Payload einmal rauslösche und auch die Inkrementierung einmal rauslösche, dann Fisspassen wir immer noch ganz glücklich. Ich mache gleich noch viel mehr. Ich lösche gleich noch viel mehr, was wir nicht brauchen. Haben wir das jetzt? Klammern, klammern, klammern. So, also wir haben hier einmal unseren Fisspass-Payload implementiert. F soll das F sein, den wir uns selber aufrufen. Wir rufen uns auch am Ende einmal auf. Und hier haben wir quasi den Y-Combinator, der sich dann, man klickt ihn so wie auf Wikipedia, wenn man den einmal anfällt, dann hat man diese symmetrische Form. Das braucht man eigentlich gar nicht. Man muss nur einmal mit sich selbst aufrufen. Und hat ein Missing-Argment, N. Ja, klar. So, jetzt. Die 1, mit der wir starten. Wir rufen jetzt mit dem auf. Das ist das F, das reingeht. Das F wird einmal aufgerufen und wird einmal sich übergeben. Auf den Parameter 1. Du könntest das auch mit Let-Binics in Python umschreiben. Let-Binics in Python sind ein bisschen hässlich. Hat schon mal jemand Let-Binics benutzt? Aber dann sieht man das. Natürlich gibt es im Python Let-Bindings. Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein, so ein x ist gleich 3, lassen wir mal x gleich 3 Let-Binden, oder? Also wir wollen ein x im Kontext haben, das aber an sich 3 ist. Dann mache ich hier eine List-Comprehension, habe hier x im Kontext vor x in 3 und ich will davon den 0. Wert. Das ist ein Let-Binding, wo du tatsächlich hier in dem Bereich x verwenden kannst, das den Wert 3 hat. Also ich nenne das jetzt mal Let-Binding. Man könnte es auch einen furchtbaren Missbrauch von List-Comprehension nennen. Das ist nicht so weit, so sehr. So, wir wollen jetzt zwei Minuten an Makarios übergeben. So, dieses schöne Ding, was wir hier haben. Wie schön typt das denn? Also was ist denn dieses f eigentlich für ein Typ? f ist ja so ein Ding, also diese Funktion, die nimmt einmal dieses f sich selbst. Es braucht noch so ein n. Haskell würde der mit dem Fehler 10-O-Konstruct-Infinity-Type führen. Ja, und gibt so ein Ding zurück und hier haben wir jetzt wieder dieses f, das müssen wir jetzt pahnen, das ist ein f. Das macht n und dann meinetwegen Unit oder so etwas im Tor, der Haskell. Und hier haben wir wieder dieses f, das können wir expanden mit, das ist ja f, n. Warum kann Haskell dann den Y-Combinator? Weil man diese Funktion, diesen Infinite-Type in einem Datentyp rappen kann und so quasi das versteckt und den nur bei Bedarf unwrappt. So ein bisschen macht's Python ja auch. Lol, Jule, schauen wir mal zu Runtime, was das denn ist. Also, aber es ist tatsächlich unmöglich, dieses Ding so in Isabel einzugeben, weil dieser Infinite-Type einfach... In Isabel holen wir mit den Standard-Function-Packages. Genau, ist ja nicht Isabel, also holen ist die Wunderheit. Im Standard-Function-Package in Isabel holen kann ich dieses Ding so nicht eintippen. Ja, finde ich ganz interessant, wie das Function-Package dann tatsächlich jedes Mal in Isabel einen Fit-Punkt-Aperator für die Funktion, die man gerade definiert, axiomatisiert und dann halt auch wirklich zeigt, das ist in Ordnung und da passiert nicht so etwas, wie wir hier machen. Wir wissen ja, Antype, Lambda-Calvinus und dieser Y-Combinator sind unsound. Können wir das hier sehen, dass das Ding eigentlich ein bisschen unsound ist? Stört sich jemand an etwas, was ich einfach mal so gemacht habe? Pack mal den Kurs an, wo hin? Also außer an allem anderen. Ich kombiniere hier zwei Funktionen mit Plus. Also das ist ja, das linke Ding ist ja ein Print. Ich mache Print plus den Funktionsaufruf von etwas. Der Typ links ist ein anderer als der Typ rechts. Da hat sich jetzt irgendwie noch keiner dran gestört. Was ist denn, wenn ich ein Print Hello mache plus Dezenter den Tisch fallen lassen? Was ist denn das? Das Ganze ist ein Type-Error, unsupported operands for Type, Non-Type, das etwas Print zurückgibt und Int. Ich kann auch nicht die Nons zusammenfügen. Non und Non geht auch nicht zusammen. Also jeder Typ-Checker müsste mir sagen, das ist Unfug, was ich hier mache. Warum? Weil Print gibt Non zurück und ich kann nicht Non-Plus irgendetwas rechnen. Ja, aber du könntest ja auch einfach aus Print zurückgeben. Aber mache ich nicht. Ich mache hier nur ein Print mit Plus. Warum geht es trotzdem? Naja. Es gibt halt nie zurück. Es gibt halt nie zurück oder so ein bisschen auch wie die Anzones vom Lambda-Calculus, in dem BuzzRussell-Paradox ausgenutzt wird. Wieso kommt ein Massen raus und wird nicht halt? Aber dein Stack wird kostenvoll gemüht. Ja, aber der Stack wird nie alles. Also der Stack wird nie alles anders schreiben. Du kannst auch mal schreiben und kannst auch irgendwas. Ja, und um erstmal rauszufinden, dass wir hier einen Type-Error haben, der nie kommen wird. Jetzt warten wir das. Wenn ich abbreche, kriege ich dann tatsächlich die Type-Error aus. Aber hier nutze ich eben schon, dass das Ding einfach wegdivagiert. Ich tue so, als hätte ich dieses Objekt und würde damit was machen, aber ich werde dieses auch nie haben. Das ist auch so ein bisschen wo die Anzones vom Lambda-Calculus dann herkommt. Ich würde gerne ein bisschen was überreißen, wenn ich das anzaufe. Genau. Es ist wichtig zu deponieren, was man hat bei uns. Also, beim Beispiel, sondern beim Anteil-Calculus. Wenn ich damit, also einerseits damit quasi programmiere und dann andererseits die Dinge so benutzen würde, als wäre das mathematische Objekt und dann darauf arbeite. So als wäre das hier wirklich ein Objekt, was etwas zurückgeben würde, mit dem ich rechnen würde. Dann kann ich so etwas, also genauso etwas bauen, wie die Menge aller Mengen, die sich selbst enthält. Und ähnliche Argumente, die dann ein inhärenter Widerspruch sind. Das ist nicht selbst enthalten. Ja, okay. Genau. Dann teilen wir davon. Also, ja, ich muss da schon noch ein bisschen was dazu machen. Aber man sieht es ja auch schon. Jedes statische Analyse-Tool sollte mir sagen, hey, du kannst nicht mal auf einem Brinsteak mitrechnen, auf einem NAN. Ich denke, kann ich das auf einem NAN? Du könntest ja ein Strings-Routine auch noch zu lösen. Ich könnte, aber ich tue es ja nicht. Wiederholt ihr das jetzt eigentlich, oder? Nee, NAN kann ich auch nicht mit 4 multiplizieren. Ja. Aber es wird halt nie dieser Type-Ara fliegen, weil dieses Ding wegdevaliert. Also eine Begrinne-Berechnung ist einem völlig beliebigen Typ. Ja. Sofern ist das Typ korrekt dann? Aber was ist, also du bist ja immer noch beim Stack aufblasen, oder? Mhm. Also das kriegst du nicht weg, oder war das jetzt noch? Das war jetzt auch das Ziel. Das kriegst du vielleicht weg mit Perpolling nehmen, also, ja. Also es war jetzt auch das Ziel, das Ganze in einer Expression zu haben. Ich weiß nicht genau, wie das tut. Ah ja. Genau, was ist ein Doppelstelle? Das ist jetzt interessant. Ja. Ich frage jetzt mal, ob das, weil man das an diesem Stack hat. Ja, ein Trace-Back. Aber das ist ja nicht, dass wir Trace-Backen mussten, weil wir alles zurückgehen mussten. Diese tausend Schritte. Genau. Auf diesem guten Gerät. Okay. Ja, wir sehen, mit dem Y-Kombinator, man kommt sehr schnell an sehr gute Ergebnisse, die in kleinen Beispielen sehr gut funktionieren, aber irgendwie doch in der Theorie teilweise fundamentale Anzeige und Probleme im größeren Stil herausrufen können. Etwa IGA-Analogien zur orangenen Webseite sind rein zufällig. Und damit ist dieser Talk vorbei. Wir sind ganz viele Menschen.